Hey Leute, Jens hier. Im heutigen Video möchte ich euch ein BSDX Tutorial geben. Das heißt, wir schauen uns von A bis Z an, wie die Kryptobörse hier von der Börse Stuttgart funktioniert, so dass auch jeder Anfänger das Ganze bedienen können sollte. Das heißt, wir werden das so aufbauen, dass wir zuallererst uns anschauen, wie ihr euch registriert, dann verifiziert. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr hier Geld einzahlen könnt mit dem allen gezahlten Geld, dann Kryptowährungen bzw. Bitcoin kaufen und verkaufen könnt. Ich zeige euch aber auch, wie ihr eure Kryptowährungen an eine andere Börse oder ein anderes Wallet verschicken könnt. Genauso aber natürlich auch, wie ihr diese empfangen könnt. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch noch an, wie ihr euer Euroguthaben wieder zurück auf euren ganz normalen Bankaccount erhaltet. Wenn euch das also interessiert, einfach dranbleiben. Außerdem habe ich auch alle gerade genannten Punkte unten in die Videobeschreibung als Timestamps reingepackt. Das heißt, falls du nur spezifische Sachen anschauen möchtest, kannst du dies tun, indem du dann entsprechend draufklickst. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt auch schon los. Bevor wir rein starten, würde ich mich aber noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Das Push-Chain-Hutube-Algorithmus hilft mir damit ein bisschen. Und falls du hier bei der BS-DEX noch keinen Account hast, kannst du dich auch über den Link unten in der Videobeschreibung registrieren. Dann erhältst du hier aktuell 25 Euro Bonus, nachdem du dich verifiziert hast. Ansonsten würde ich sagen, starten wir auch schon rein und zwar mit der Registrierung. Dafür klickst du, wie gesagt, einfach auf den Link zum Beispiel in der Videobeschreibung. Dann landest du auf der Seite der Börse Stuttgart hier und kannst dann eben dort einfach auf den Registrieren-Button klicken und musst jetzt hier deine Daten eintragen, also ganz normal Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort auswählen. Klickst hier bei den beiden Punkten auf Ja und schon kannst du hier auf Registrieren klicken. Im nächsten Schritt musst du jetzt noch deine angegebene E-Mail bestätigen. Das heißt, du guckst einfach mal in dein E-Mail-Postfach rein. Dort wird dann ein Link zur Verfügung gestellt. Diesen Link klickst du an und landest dann hier auf der Seite der Börse Stuttgart. Du siehst auch hier oben, das Ganze hat erfolgreich geklappt mit der Verifizierung. Und jetzt kannst du dich hier einfach anmelden, indem du hier auf den Anmelden-Button klickst und dann hier bei der Login-Maske einfach deine gerade gewählten Daten eingibst, also E-Mail-Adresse und Passwort. Als nächstes landest du dann auch schon hier im Dashboard. Hier musst du jetzt noch die Verifizierung durchführen, also die Registrierung ist abgeschlossen. Jetzt kommt noch die Verifizierung, die wird hier direkt schon angeboten. Das heißt, du klickst hier einfach auf den entsprechenden Button, sodass der ganze Prozess auch schon starten kann. Das heißt, hier wirst du jetzt nochmal informiert, was du denn hier benötigst, um diese Verifizierung durchzuführen. Es gibt mehrere Optionen. Entweder du kannst das zum Beispiel über deine PC-Webcam machen, du kannst auch über das Telefon das Ganze machen, du brauchst noch deinen Personalausweis oder Reisepass und das Ganze dauert irgendwo ca. 10 Minuten. Wenn das dann alles für dich klar ist, kannst du hier unten rechts auf Starten klicken und landest jetzt auf dieser Seite. Du siehst, das sind jetzt hier vier Schritte, wo du einfach verschiedene Angaben machst und dann ist das Ganze auch schon relativ schnell erledigt. Also du gibst hier einfach deinen Vor- und Nachnamen an, deine Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, dann noch hier natürlich dein Geburtsdatum und wo du geboren wurdest. Die E-Mail-Adresse ist hier noch automatisch angegeben, weil du die ja vorhin schon angegeben hast. Die steuerlichen Angaben kannst du machen, sind aber freiwillig. Dementsprechend kann man das auch theoretisch einfach außen vor lassen, denn wenn du das hier angibst, musst du auch noch die Steuernummer angeben. Wie gesagt, kann man auch einfach skippen. Dann geht es hier weiter mit den Angaben für die Video-Identifikation. Das heißt, hier gibst du nochmal deine aktuelle Adresse ein, Hausnummer, Stadt, Postleitzahl und natürlich, was du nutzen möchtest, ob du den Personalausweis zum Beispiel nutzt oder deinen Reisepass oder Führerschein. Hier die Adresse angeben, die bei dir hinten auf dem Ausweis draufsteht, denn das ist die, die dann im Endeffekt auch verglichen wird bei der späteren Verifizierung. Wenn das dann angegeben ist, klickst du hier unten rechts auf Weiter und landest dann jetzt hier beim zweiten Punkt dieser Schritt-für-Schritt-Serie. Dort musst du jetzt noch angeben, wie viel du denn planst, hier zu investieren. Im Endeffekt ist das nicht unbedingt vorhersehbar. Das heißt, wenn du jetzt hier irgendwas Falsches anklickst, ist das nicht schlimm. Wenn du jetzt sagst, ich investiere hier eher kleinere Summen und habe jetzt hier nicht mega viel Kapital am Start, dann kannst du hier einfach bis zu 10.000 Euro anklicken. Ansonsten eben das, was du ungefähr planst, hier einzuzahlen, inklusive auch hier deiner Krypto-Einzahlungen. Also falls du von anderen Börsen etc. was rüberschiebst, sollte das inkludiert sein. Ansonsten, wie gesagt, dann hier einfach auf Weiter klicken. Im nächsten Schritt kommen jetzt hier nochmal sämtliche Bedingungen und Erklärungen, denen du zustimmen musst. Da musst du einfach hier überall auf Ja klicken. Standardmäßig steht das alles auf Nein. Das heißt, hier einfach mal ganz grob überfliegen, ob das alles für dich passt. Und dann kannst du hier eben überall Ja klicken. Nachdem du das gemacht hast, klickst du hier unten rechts auf Weiter und landest jetzt hier im letzten Schritt der Video-Identifizierung. Das heißt, hier wird nochmal dasselbe wie vorhin angezeigt. Und wenn das für dich passt, nachdem du das dann alles hier ready hast, kannst du jetzt hier einfach auf Video-Ident starten klicken und wirst dann weitergeleitet auf die Seite von ID.Now. Denn das ist im Endeffekt der Dienstleister, der diese Video-Verifizierung übernimmt für die Börse Stuttgart. Und da funktioniert es so, dass das alles über eine App geht. Das heißt, du gehst einfach mal in deinen App Store von deinem Handy und suchst nach ID.Now. Und nachdem du dann diese App heruntergeladen und installiert hast, kannst du es hier einfach öffnen und benutzt dann diese ID, die hier unten steht, die ich jetzt hier natürlich verpixelt habe. Und diese gibst du einfach ein. Und nachdem das gemacht ist, wird dann ein Mitarbeiter sich dir zuschalten und wird dann mit dir eben über circa 10 Minuten ein Gespräch führen, wo im Endeffekt gefragt wird, ob du mal kurz deinen Ausweis in die Kamera zeigen kannst und noch ein paar Details, wie zum Beispiel dein Geburtsdatum. Nachdem das dann abgeschlossen ist, ist dein Account auch schon verifiziert. Vielleicht noch ganz kurz zur Info. Du solltest gucken, dass keiner im Hintergrund herumläuft. Ansonsten wird das Videogespräch nämlich abgebrochen einfach. Und manchmal kann es auch sein, dass die überlastet sind, weil gerade ein großer Andrang ist. Dann empfehle ich dir einfach mal abends ab circa 10 Uhr nachts das Ganze zu probieren. Da sind die in der Regel nicht so stark ausgelastet. Das heißt, da solltest du dann auf jeden Fall durchkommen. Nachdem die Verifizierung dann beendet ist, bekommst du auch in der Regel eine E-Mail, wo das nochmal bestätigt wird. Und wenn das geklappt hat, ist dein Account jetzt auch schon vollständig nutzbar. Das heißt, du kannst dich einfach hier wieder einloggen und landest dann hier auf dem Dashboard, wo du jetzt hier auch sämtliche Möglichkeiten hast zu agieren. Vorher geht es nämlich nicht. Und der erste Schritt, den wir jetzt hier mal machen wollen, ist Geld einzuzahlen. Und zwar hast du hier jetzt mehrere Möglichkeiten. Du kannst hier auf der Startseite einfach hier direkt bei Euro auf Einzahlen klicken. Oder wir scrollen mal noch ein Stück runter. Das siehst du jetzt mal hier noch zum Beispiel den Chart, wie zum Beispiel sich dein Portfolio verhält. Aber da wir jetzt hier noch nichts drauf haben, siehst du hier nichts. Dann siehst du hier noch eine Gruppe Marktübersicht über die aktuellen Preise und auch die Coins, die man hier aktuell bei der BSDX kaufen kann. Das wird sich in der Zukunft wahrscheinlich auch noch ein bisschen erweitern. Und wenn wir jetzt hier noch weiter runtergescrollt sind, dann landen wir jetzt hier bei den Wallets und dort könntest du jetzt auch einfach hier zum Beispiel bei Euro auf Einzahlen klicken oder zum Beispiel auch Kryptowährungen einzahlen. Dazu aber später mehr. Das heißt, wir klicken jetzt hier einfach mal auf den Einzahlen-Button bei Euro. Und dort erhältst du jetzt auch schon die Banküberweisungsdaten, die du benötigst. Das heißt, du gehst jetzt einfach in dein Online-Banking, öffnest dort das Überweisungsformular und benutzt die Daten, die bei dir dort stehen, nicht natürlich jetzt hier meine und kannst dann eben an diese eine Überweisung machen. Das ist hier ein deutsches Konto, wie du es siehst von der IBAN her. Außerdem ist das hier die Solaris Bank, ist eigentlich auch relativ bekannt mittlerweile. Das heißt, du hast hier bei der BSDX ein vollwertiges Konto und dort hast du auch diese 100.000 Euro Einlagensicherung, was auf jeden Fall auch nochmal ein Pluspunkt ist. Zusätzlich solltest du eben hier noch beachten, dass du pro Überweisung hier maximal 20.000 Euro überweisen kannst. Aber du könntest natürlich auch mehrere Überweisungen am Tag machen. Du solltest nur schauen, dass du pro Monat nicht mehr als 200.000 Euro überweist. Das ist mal nur am Rande. Du kannst auch hier das Ganze in die Zwischenablage kopieren. Dann ist es leichter zum Einfügen bei deinem Überweisungsformular. Und nachdem das gemacht ist, dauert es ungefähr einen Arbeitstag und dann ist das Geld auch schon eingegangen. Aktuell wird hier leider noch keine Echtzeitüberweisung angeboten. Allerdings gibt es hier noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn du bei der Solaris Bank schon ein anderes Konto hast. Das heißt, du bist zum Beispiel bei Vivid Money, was ich zum Beispiel auch als Girokonto empfehle. Falls dich das interessiert, habe ich dazu einen Link unten in der Videobeschreibung. Da habe ich eine Anleitung gemacht und auch einen Erfahrungsbericht, wie das alles funktioniert und welche Vorteile du da hast. Genauso zum Beispiel auch bei Nuri. Also wenn du dort ein Girokonto bereits hast und dort auch Geld drauf liegt, dann kannst du hier an dieses Konto Geld schicken. Und dadurch, dass es ja dieselbe Bank ist, ist das Geld nach wenigen Minuten bereits da. Das heißt, Echtzeitüberweisung ist eigentlich nicht unterstützt, aber weil es dieselbe Bank ist, wird es dann trotzdem innerhalb von wenigen Minuten übertragen. Das ist noch ein kleiner Hack am Rande. Ansonsten wartest du eben, bis das Geld dann hier einfach eingegangen ist. Du bekommst dann in der Regel auch eine E-Mail, wo das Ganze dann nochmal bestätigt wird. Und sobald dein Guthaben dann hier eingegangen ist, können wir jetzt auch schon loslegen und Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Das Ganze funktioniert jetzt so, und zwar gehen wir jetzt hier wieder ein Stück hoch, wo du jetzt hier die Marktübersicht hast. Und dort gibt es jetzt einmal diese einfache Variante, wie du Kryptowährungen kaufen und verkaufen kannst. Und da gibt es noch eine, wo du ein paar mehr Möglichkeiten hast. Dazu später mehr. Wir fangen jetzt erstmal hier bei der einfachen Variante an. Und zwar siehst du schon hier alle Coins, die gerade verfügbar sind. Und hier auf der rechten Seite siehst du jetzt auch schon den Kaufen und Verkaufen Button. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz klassisch Bitcoin kaufen möchten, klickst du hier einfach in der Bitcoin-Zeile auf den Kaufen Button und kannst jetzt hier kaufen, indem du jetzt hier den Euro-Betrag eingibst, den du investieren möchtest. Da kannst du zum Beispiel sagen, 100 Euro möchte ich investieren. Da ich jetzt hier gerade keine 100 Euro verfügbar habe, rechnet der jetzt leider nicht aus, wie viel Bitcoin du erhalten würdest. Aber das würde er normalerweise machen. Du könntest hier auch zum Beispiel einfach hier auf diese Prozentzahlen klicken. Dann rechnet er automatisch aus, wie viel Euro-Guthaben hier eingesetzt wird. Also zum Beispiel kannst du hier auf 50 Prozent klicken. Dann wird 50 Prozent deines aktuell verfügbaren Euro-Guthabens hier oben eingetragen. Und dasselbe eben auch bei 100 Prozent. Wenn das dann eben passt, kannst du hier auf Kaufauftrag überprüfen draufklicken. Dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, wo einfach nochmal alle Details drinstehen. Also welche Gebühren zahlst du, zu welchem Preis kaufst du, wie viel Bitcoin würdest du erhalten, wie viel Geld wirst du investieren. Und wenn das alles passt, klickst du dann einfach auf der nächsten Seite auf Bestätigen und schon wird der Kauf sofort durchgeführt. Und du erhältst die Bitcoin hier auf deine Bitcoin-Wallet bei der BSDX eben. Das allerselbe funktioniert auch beim Verkaufen natürlich. Das heißt, du kannst hier oben einfach auf Verkaufen klicken. Alternativ kannst du natürlich auch einfach hier den Verkaufen-Button klicken. Dann landest du eben hier, wie gesagt, auf der Verkaufenseite und dort funktioniert dasselbe Spiel einfach rückwärts. Da kannst du zum Beispiel sagen, wie viel Bitcoin du verkaufen möchtest. Besonders hier ist eben aber auch diese Funktion mit diesen Prozentangaben ziemlich hilfreich. Denn bei den Bitcoin ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die ganzen Nachkommastellen einzutragen. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel sagen, ich möchte 50 Prozent meiner Bitcoin verkaufen. Dann klickst du hier einfach auf die 50 Prozent. Dann wird die Hälfte deiner aktuell verfügbaren Bitcoin hier eingetragen, ohne dass du da die ganzen Kommazahlen eintragen musst. Wenn das gemacht ist, siehst du dann auch ungefähr schon, wie viel Euro du dann für deine Bitcoin aktuell erhalten würdest, die hier eingetragen sind. Und dann kannst du auch schon hier auf den Verkaufen-Button klicken. Das Ganze funktioniert wieder genauso. Wir werden kaufen, das heißt, auf der nächsten Seite wird nochmal alles detailliert angezeigt, zu welchem Kurs würdest du verkaufen, wie viel Euro würdest du erhalten, wie viel Bitcoin würdest du eben verkaufen. Und wenn das alles für dich passt, dann kannst du dort nochmal das Ganze bestätigen und dann werden die Bitcoin sofort verkauft und du erhältst die Euro hier zurück auf deinen Account. So würde das also funktionieren. Natürlich genauso auch für die anderen Coins wie Ethereum und so weiter. Und wie gesagt, in Zukunft können da auch noch weitere Coins hinzukommen. Da kannst du dann einfach mal vorbeischauen. Und das eben, wie gesagt, die erste Möglichkeit. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit. Da hast du einfach ein bisschen mehr Optionen. Ist auch ein bisschen komplizierter, aber ich möchte es eben einfach zeigen, weil du hier auf jeden Fall auch verschiedene Vorteile hast. Und zwar kannst du hier links im Menü einfach auf Handeln mal draufklicken. Dann landest du nämlich jetzt hier in der professionellen Trading-Oberfläche. Das heißt, du siehst schon, ist etwas komplizierter, aber keine Sorge, ist eigentlich relativ simpel alles zu verstehen. Ich werde es dir erklären. Und zwar hast du hier natürlich auf der linken Seite den ganz normalen Bitcoin-Euro-Chart. Jede Candle hier ist in dem Fall ein Tag. Das Ganze könntest du auch umstellen. Zum Beispiel, indem du sagst eine Stunde, dann kannst du ein bisschen näher heranzoomen und siehst das Geschehen besser. Genauso kannst du natürlich auch rauszoomen und zum Beispiel sagen, dass das hier drei Tage ist oder noch mehr. Wie gesagt, gibt dir mehrere Möglichkeiten. Du kannst hier auch rein scrollen oder auch raus scrollen, um das Ganze nochmal ein bisschen spezifischer zu sehen. Das also die Möglichkeiten hierzu. An deiner Stelle würde ich dir einfach mal empfehlen, weil das Ganze hier Trading-View ist, ein Tutorial zu Trading-View dir anzuschauen. Dann siehst du hier, wie man damit arbeiten kann. Da hast man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Deshalb nochmal dazu. Dann gehen wir auch schon weiter und zwar hast du hier auf der rechten Seite das Orderbuch. Dort siehst du alle Verkauf-Orders und alle Kauf-Orders. Dann hast du hier unten die Trades. Dort siehst du eben, welche Trades hier im Sekundentakt gemacht werden, zu welcher Uhrzeit, welcher Umsatz in Bitcoin und eben zu welchem Preis der Trade stattgefunden hat. Und zu guter Letzt hier noch auf der rechten Seite jetzt die Möglichkeit, mit der du handeln kannst. Damit du das besser siehst, habe ich jetzt mal noch meine Facecam ein bisschen verschoben. Dann hast du hier die volle Sicht. Und zwar sieht es so aus, dass du auch hier ganz mal, wie ich schon vorhin gezeigt, kaufen und verkaufen kannst. Der Unterschied ist allerdings, dass du hier mit mehreren Orderarten arbeiten kannst. Standardmäßig gibt es nämlich die Marktorder. Die hast du auch schon vorhin kurz gesehen. Und zwar gibst du hier einfach ein, wie viel Geld du investieren möchtest. Zum Beispiel eben diese 100 Euro, wie auch vorhin gezeigt. Und musst jetzt im Endeffekt nur noch schauen, ob das Ganze für dich passt hier. Du siehst also die Kondition nochmal. Klickst dann einfach hier auf Kaufauftrag erteilen. Und schon kaufst du sofort eben mit diesen 100 Euro oder 100 Euro und 35 Cent dann eben diesen Betrag an Bitcoin. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man eine Limit Order setzt. Es gibt hier zwei große Unterschiede. Bei der Limit Order hast du auf der einen Seite den Vorteil, dass die Gebühren ein bisschen günstiger sind. Denn wie du hier siehst, zahlst du jetzt 35 Cent für die Marktorder. Das heißt 0,35%. Wenn du eine Limit Order machst, dann liegen die Gebühren bei 0,2%. Das sieht man jetzt auch nochmal ganz hier unten. Im Endeffekt ist das eben eine Maker Fee, wenn du eine Limit Order machst. Und diese 0,35% zahlst du als Taker Fee. Das ist, wenn du eine Markt Order machst. Das mal nur am Rande. Ist jetzt aber auch nicht ganz so interessant. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es hier auch noch die Möglichkeit einer Limit Order. Und da hast du einfach den Vorteil, dass du den Preis selber festlegen kannst. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel hier Bitcoin kaufen möchtest und sagst, ah, der aktuelle Preis gefällt mir noch nicht so gut. Ich möchte ein bisschen günstiger kaufen. Oder ich möchte sehr, sehr hohe Summen investieren. Dann empfiehlt es sich eben, den Preis selber festzulegen. Dann wird auch tatsächlich nur zu diesem Preis auch gekauft. Da können wir jetzt gerade mal schauen. Und eben der aktuelle Preis liegt irgendwo hier bei 27.770 irgendwo, ganz grob im Dreh. Und da können wir jetzt sagen, okay, ist ein bisschen teuer. Wir klicken hier zum Beispiel einfach mal ins Orderbuch rein bei 27.501. Dann siehst du schon, wird es hier automatisch eingetragen. Das wäre also der Preis, zu dem wir dann einkaufen möchten. Und jetzt musst du hier oben nur noch eintragen, wie viel Bitcoin du denn dafür kaufen möchtest. Und dafür hilft es dir jetzt auch wieder, diese Prozentangaben zu benutzen. Denn wenn du hier zum Beispiel dann 50% anklickst, dann wird automatisch errechnet, wie viel Bitcoin du mit der Hälfte deines aktuell verfügbaren Euroguthabens kaufen könntest, wenn du zu diesem Preis, den du hier angegeben hast, eingekauft hast. Alternativ dazu kannst du es aber natürlich auch einfach selber eintragen. Zum Beispiel, ich möchte 0,001 Bitcoin kaufen und dann funktioniert das natürlich auch. Wenn diese ganzen Faktoren, die man jetzt hier eintragen muss, dann für dich passen, kannst du hier unten auch auf Kaufauftrag, Erteilung klicken. Der Unterschied ist jetzt hier zu der Marktorder, dass diese Order natürlich nicht sofort ausgeführt wird, sondern erst, wenn der Preis, den du hier eingetragen hast, wenn der auch gerade verfügbar bzw. erreicht ist. Und solange das nicht der Fall ist, landet diese Order hier, nachdem du hier auf Kaufauftrag, Erteilung geklickt hast, hier drüben bei deinen offenen Orders. Das siehst du dann hier. Ich kann jetzt gerade leider keine aufmachen, weil mir gerade kein Euroguthaben zur Verfügung steht. Aber hier siehst du dann im Endeffekt einfach nochmal die Orderdetails. Du siehst dann, zu welchem Preis würdest du einkaufen, wie viel Menge würdest du einkaufen und du siehst dann hier auch noch, zu wie viel Prozent die Order dann schon ausgeführt wurde. Denn wenn du jetzt zum Beispiel 10 Millionen Euro am Stück zu diesem Preis kaufen möchtest, ist es natürlich klar, dass die 10 Millionen Euro nicht von einer Sekunde auf die andere ausgeführt werden, sondern dass es wahrscheinlich ein paar Minuten bis sogar vielleicht eine Stunde dauern kann, bis dann eben diese Order nach und nach ausgeführt wird. Dann ist es noch so, dass dieses Guthaben, also sagen wir mal, du möchtest jetzt 100 Euro hier reinpacken, dann sind diese 100 Euro, solange diese Order jetzt offen ist, auch reserviert bzw. eingefroren. Das heißt, solange kommst du an die 100 Euro nicht ran, denn wenn dann der Preis erreicht ist, muss das ja bereitstehen, diese 100 Euro, damit auch der Trade funktionieren kann. Dementsprechend, wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte dieses Euro-Guthaben doch für was anderes benutzen, dann kannst du hier auch auf der rechten Seite, das sieht man jetzt hier leider nicht, aber da ist dann ein Mülleimer-Symbol, da kannst du dann einfach draufklicken und kannst diese Order auch einfach löschen. Du kannst sie zum Beispiel auch löschen, wenn du sagst, ah, ich habe den Preis vielleicht auch ein bisschen zu tief gesetzt, der wird wahrscheinlich nie erreicht, dann kannst du eben nochmal eine neue Order aufsetzen, zu zum Beispiel ein bisschen höheren Preis, denn wenn der Preis nicht erreicht wird, dann wird die Order dort für Ewigkeiten dort stehen, also in einem Jahr würde die dann immer noch dort stehen, wenn der Preis eben nicht erreicht wurde. Ein weiterer Vorteil ist auch noch bei der Limit Order, dass wenn du jetzt zum Beispiel hier als Käufer auftrittst, dann reichst du dich ja ein, hier in diesem Orderbuch und wirst dann abgearbeitet, sobald eben der Preis erreicht wurde und dein Guthaben dann hier auch das aktuell verfügbarste ist. Wie schon vorhin kurz erzählt, hast du ja den Vorteil, dass du hier geringere Ordergebühren zahlst, und zwar nur 0,2%, statt eben dieser 0,35%, wenn du eine Marktorder machst. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dir auch den Spread sparen kannst, denn wie du hier siehst, ist zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis ein Spread, der hier jetzt aktuell 0,08% ist. Und wenn du jetzt aber eine Marktorder machst, dann würdest du beim Kaufen dem günstigsten Verkäufer die Coins abkaufen. Das heißt, du würdest hier im Orderbuch zu diesem Preis, wenn du jetzt aktuell eine Kauforder machst als Marktorder, würdest du zu diesem Preis eben deine Bitcoin sofort kaufen. Wenn du jetzt aber sagst, ich mache hier eine Limit Order auf zum Kaufen, dann kannst du dich hier unten einreihen, und dadurch sparst du dir auch nochmal diesen Spread von 0,08%. Das ist eben auch nochmal ein Vorteil. Genauso wäre es dann zum Beispiel beim Verkaufen, wenn du jetzt mit einer Marktorder hier deine Coins verkaufst, dann würdest du dem bestbezahlenden Verkäufer, sorry, andersrum, dem bestbezahlenden Käufer würdest du die Coins verkaufen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel selber deine Coins mit einer Limit Order verkaufst, dann reißt du dich ja mit der Limit Order hier oben ein, und würdest dann eben diesen Preis erzielen können. Allerdings, wenn du eben den Verkauf machst über die Marktorder, dann würde dieser Preis hier benutzt werden, zu dem du dann deine Coins verkaufst. Das ist also jetzt nochmal ein bisschen komplizierter. Ich weiß jetzt nicht, ob es jeder 100% verstanden hat. Ich will dir nur im Endeffekt sagen, die Limit Order ist einfach günstiger, ist ein bisschen komplizierter, aber hat auf jeden Fall Vorteile. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die Coins müssen nicht sofort verkauft werden, dann kannst du da auch überlegen, mit einer Limit Order zu arbeiten. Dadurch kannst du dir Gebühren sparen, auch einen Spread sparen, und das ist im Endeffekt das, was ich dir hier mitgeben wollte. Genauso eben auch beim Verkaufen, wenn du deine Coins verkaufen möchtest, klickst du hier oben einfach auf den Verkaufen-Button und kannst dann hier eben auch auf der einen Seite natürlich hier nochmal das Handelspaar ändern, indem du zum Beispiel sagst, ich möchte vielleicht jetzt Ethereum kaufen oder verkaufen, ist hier auch einfach möglich. Genauso kannst du das aber auch zum Beispiel hier oben ändern, das Handelspaar. Hier sind alle verfügbar und da kannst du dann einfach switchen, wenn du einen anderen Coin traden möchtest. Und wie gesagt, hier hast du jetzt die Möglichkeit beim Verkaufen, das genauso zu machen, wie schon beim Kaufen mit der Marktorder. Gibst du einfach an, wie viel Bitcoin möchtest du verkaufen. Da kannst du zum Beispiel hier auf 100% draufklicken, dann werden alle deine gerade verfügbaren Bitcoin hier eingetragen und du bekommst dann hier zu diesem aktuellen Preis, der hier angezeigt wird, eben den Verkauf und siehst dann eben hier auch noch, wie viel Euro du erhalten würdest. Klickst dann hier auf den Verkaufsauftrag erteilen und schon wird es zum aktuellen bestbezahlenden Preis hier, in dem Fall der hier, verkauft. Genauso kannst du auch hier beim Verkaufen die Limitorder machen. Das heißt, du gibst hier einfach an, zu welchem Preis möchtest du verkaufen. Da orientierst du dich dann hier oben beim Orderbuch, bei den Verkäufern kannst du zum Beispiel auch einfach hier zum Beispiel auf 28.000 draufklicken, dann wird es hier auch schon automatisch eingetragen. Als nächstes klickst du hier dann zum Beispiel noch auf 100%. Dann werden alle deine Bitcoin hier eingetragen. Dann musst du es nicht selber eintragen und dann, wenn dann hier entsprechend die Angaben passen, klickst du hier auf Verkaufsauftrag erteilen. Dann wird die Order nicht sofort ausgeführt, sondern erst, wenn dann eben auch dieser Preis hier erreicht wurde. Und solange das nicht der Fall ist, siehst du hier deine offene Order hier in dieser Liste bei den offenen Limitorders, die du hast. Diese Limitorder kannst aber eben, falls du hier einen zu hohen Preis eingestellt hast, einfach wieder löschen. Dann kannst du eine neue Limitorder machen, denn solange sind auch diese Bitcoin dann reserviert. Wenn du jetzt wieder zurückkommen möchtest, hier ins normale Dashboard, kannst du dann hier auf der linken Seite einfach auf Wallets draufklicken und schon bist du wieder zurück hier auf der ganz normalen Startseite der BSDX. Und dort gehen wir jetzt noch zum nächsten Schritt über und zwar, wie du hier deine Coins auf der einen Seite zum Beispiel verschicken kannst an ein Ledger-Hardware-Wallet etc. Falls du da noch ein entsprechendes Video dazu sehen möchtest, habe ich das unten in die Videobeschreibung reingepackt. Da erkläre ich ganz genau, wie die Ledger-Hardware-Wallets oder auch zum Beispiel die Bitbox funktioniert. Beide Tutorials packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein und dort zeige ich dir dann auch, wie du die, wie gesagt, einrichtest, aber auch, wie du dort die Empfangsadresse generieren kannst, die du dann hier bräuchtest. Und zwar, wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, ich habe hier Bitcoin und möchte diese Bitcoin auszahlen, dann klickst du hier einfach rechts auf den Auszahlen-Button, wählst dann hier in diesem Pop-Up-Fenster noch den Betrag an Bitcoin, den du hier überweisen möchtest. Du kannst auch einfach auf Max klicken, dann wird hier dein maximal verfügbarer Bitcoin-Betrag ausgewählt und hier musst du dann als nächstes nur noch die Bitcoin-Adresse angeben, wo die Bitcoinen hingeschickt werden sollen. Wie du diese Bitcoin-Adresse erhältst, habe ich, wie gesagt, schon Videos dazu unten verlinkt. Dort zeige ich dann zum Beispiel, wie du bei den Ledger-Geräten diese Empfangsadresse generierst und diese Empfangsadresse kannst du dann in der Ledger-Software zum Beispiel einfach kopieren und hier bei der BS-DEX hier eintragen und dann funktioniert das alles einwandfrei. Das Ganze dauert dann irgendwo circa eine Stunde beim Bitcoin-Netzwerk. Bei anderen Coins wie zum Beispiel Ethereum oder Litecoin kann es auch schneller gehen, also ist auf der einen Seite abhängig von der Netzwerkauslastung und auch vom Coin. Wie gesagt, nach circa einer Stunde spätestens sollten die Coins dann auch hier entsprechend weg sein und bei dem Hardware-Wallet oder bei der anderen Börse eingegangen sein. So funktioniert also das Ganze, wenn du Coins verschicken möchtest von der BS-DEX aus. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte auch Coins irgendwann wieder hier zurückschicken, um sie zum Beispiel zu verkaufen, dann kannst du hier bei Bitcoin auch einfach auf Einzahlen klicken und erhältst dann hier auch schon einen Code beziehungsweise die Einzahlungsadresse. Diese kannst du hier einfach kopieren, indem du hier draufklickst und bei der entsprechenden Wallet oder Börse gibst du diese dann eben einfach als Empfangsadresse ein und dann sind die Coins, wie gesagt, auch wieder nach circa einer Stunde, je nachdem welcher Coin und wie die Netzwerkauslastung ist, geht es dann auch wieder hier ein. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, wie du hier bei der BS-DEX auch Geld auszahlen kannst. Das Ganze sieht so aus. Du verkaufst natürlich deine Coins. Wie das funktioniert, habe ich schon vorhin gezeigt, in Euro. Und nachdem die Coins dann verkauft sind, landen die Euro hier in deinem ganz normalen Euro-Wallet und dort kannst du dann einfach hier rechts auf Auszahlen klicken. Das geht jetzt aktuell nicht, aber wenn wir jetzt mal hier kurz die Einzahlen-Funktion öffnen, siehst du, dass dieses Bankkonto, von dem du einzahlst, auch automatisch hinterlegt wird als dein Auszahlkonto. Das bedeutet, sobald du hier von deinem ganz normalen Girokonto die erste Überweisung hier an die BS-DEX gemacht hast, merkt sich die BS-DEX dieses Konto und an dieses Konto kannst du dann, wenn du hier auf Auszahlen klickst, automatisch auch wieder Geld auszahlen. Die ganzen Kondodaten sind dann schon gespeichert. Du musst nur noch eintragen, welchen Euro-Betrag du zurückschicken möchtest und dann ist es auch nach circa einem Werktag wieder zurück auf deinem ganz normalen Girokonto. Ansonsten kommen wir jetzt noch ganz kurz zum letzten Punkt und sagen, wie du hier deine Order-Historie einsehen kannst. Dafür klickst du hier im Menü einfach hier links auf Orders und dort kannst du jetzt natürlich für die Steuer später hier alle deine Trades, die du gemacht hast, einsehen. Da zum Beispiel dann Screenshots von machen oder auch das Runterladen oder Weiterleiten, sodass du hier alles feinzäubig dokumentiert hast und da bist du dann natürlich auch auf der sicheren Seite, wenn du hier die Daten bereit hast. Ansonsten war es das auch schon mit der Anleitung. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Du kannst auch das Video gerne mit deinen Freunden teilen, falls die ebenfalls wissen möchten, wie diese Börse hier funktioniert. Den tust du damit bestimmt auch einen Gefallen. Und wie gesagt, falls du hier bei der Börse noch keinen Account hast, kannst du dich auch über den Link unten in der Videobeschreibung registrieren. Dann erhältst du hier 25 Euro Startbonus, ansonsten nicht. Und ansonsten noch viel Erfolg und bis dann. Ciao.